17 Uhr, die Heute-Nachrichten. Herzlich willkommen. Wie weiter nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts? Darüber haben heute Bundeswirtschaftsminister Habeck und seine Kolleginnen und Kollegen der Länder beraten. In einer Sache sind sich alle einig, die Projekte, die schon geplant sind, müssen auch finanziert und realisiert werden. Wegen des Haushaltsurteils müssen auch die Finanzen für dieses Jahr neu geregelt werden. Denn die Regierung hat jetzt einen Nachtragshaushalt beschlossen. Rund 45 Mrd. Euro neue Schulden, sieht er vor. Die Schuldenbremse wird wieder ausgesetzt. Die Regierung begründet das u.a. mit den Folgen des Ukraine-Krieges. Der Bundestag muss noch zustimmen. Überschattet von dem Ringen um den Haushalt fand heute im Kanzleramt ein Autogipfel statt. Mit Olaf Scholz, den betroffenen Ministerien und der Autobranche. Großes Thema die Elektromobilität. Frank Bethmann an der Börse in Frankfurt. Viele sagen, hier kommt Deutschland viel zu langsam voran. Woran liegt es denn? 58 Geiseln hat die Terrorgruppe Hamas seit Beginn der Feuerpause freigelassen. Soweit bislang bekannt ist, ist die jüngste 4 Jahre alt, die älteste 84. Laut ihren Angehörigen schwebt sie in Lebensgefahr. Um noch mehr Entführte nach Hause zu bringen, soll die Feuerpause im Gazastreifen verlängert werden. Tja, wie geht es jetzt weiter mit der Freilassung weiterer Geiseln? Wie geht es weiter im Gazastreifen? ZDF Heute Live schaut auf die mögliche Verlängerung der Feuerpause. Um 19.30 Uhr in der ZDF Heute App oder auf unseren Social-Media-Kanälen. In der Fußball-Bundesliga fragen sich heute viele, wieso etwas wie am Wochenende künftig vermieden werden kann. Gleich an mehreren Spielorten war der Fußball nur Nebensache. Ein Gladbach-Fan wurde in Dortmund bei einer Schlägerei mit BVB-Anhängern lebensgefährlich verletzt. Und in Frankfurt gab es offenbar mehr als 150 verletzte Polizisten, Ordner und Fans. Nach der Woche des Black Friday ging die Rabattschlacht im Internet heute weiter beim Cyber Monday. Der Handel freut sich über Umsätze, die Kunden über Angebote. Doch dabei heißt es Augen auf, denn neben den Schnäppchen lauern die Fallen. Pünktlich dazu ist der Winter in Deutschland angekommen. Ende November nichts Ungewöhnliches. Doch an vielen Orten fällt der Schnee in Massen und das heißt leider auch Unfälle und Verkehrschaos. Der Deutsche Wetterdienst warnte aktuell vor starkem Schneefall oberhalb von 400 Metern in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz. Und so sind die Aussichten. Das war es von uns, die 19 Uhr heute. Sehen Sie später mit Mitri Sirin. Und hier geht es weiter mit Tim Niedernolte und Hallo Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.